Ich will mein Kopftuch wieder haben. Ich komme nicht drum herum. Na gut. Was hast du gefunden? Weil du da so... Eine Dose zu essen. Ah cool. Aber das war schon hier drin. Lass mal rausgehen. Ja. Ich werde hintenrum wieder rausgehen. Wir wissen nicht was vorne ist. Ich habe auf die Tür aufgemacht. Dadurch, dass wir noch völlig unbewaffnet sind. Naja. Da vorne ist eine große Lagerhalle. Da weiß ich nicht genau, ob man in die reinkommt, aber wir können es ja mal versuchen. Gut. Wo bist du? Da. Auf dem Rand ist der Kehl. So ein bisschen abseits laufen. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich umgeschossen werden. Nix. Nix. Nee, hier ist nicht so viel. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man hier reinkommt. Ich lauf mal rum. Hier schon mal nicht. Hier ist ein Zoo. Hier komme ich nur aufs Dach. Ja, genau. Das habe ich auch schon gesehen. Aber mehr auch nicht so richtig. Hallo. Tag. Nö. Tja, schade. Verschwindet der Liebesmüll. Ah, Bug. Dann würde ich sagen, wagen wir uns mal da rein, oder? Ist das überhaupt Elektro oder war das eine andere Stadt? Nee, das hier ist, äh, das ist, ist, ne, äh, Tch, 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 T Donnerstag, ne. Da ist ein Zombie da hinten. Ja, das ist der, der vorhin auf mich schon Aggro hatte. Wir gehen mal hier rechts rein. Hast du gesehen, wo ich rein bin? Ja. Ich weiß nicht, ob der immer noch Aggro auf mich hat. Hast du Bugs nur rum? Ja. Ich hab andauernd gerade Grafik-Bugs und sowas. Ah, ich hab ne Schaufel gefunden. Das ist super, die erste Waffe. Äh, wo bist du da hin? Ach, da drüben, glaub ich. Ja. Heile. Jep, jep. Ähm, hier kann man durchgehen. Durchs Haus. Teilzeit-Totengräber. Na, ja, genau. Aushilfstotengräber. Finde ich fast noch ein bisschen schöner. Ich hör schon wieder Zombies. Wir gehen mal hier in dieses Gebäude rein, wo Tech steht, oder? Tech. Oh, da kommt gerade einer auf mich zu. Ja, ich seh ihn. Einmal Ego, bitte. Pock. Pock. Überlasse ich dir auch voll und ganz. Pock. Wieso hat er mich denn getroffen? Versteh ich das? Ja. Scheiß, Graf. Na, egal. Er ist tot. Verbinde dich. Ich hör noch einen. Ich seh zumindest keinen. Nee. Alles klar. Dann mal rein hier. Hier ist ein Feuerlöscher, den kannst du dir auch erstmal als Waffe mitnehmen. Besser als gar nix. Ah. Das mein ich. Jetzt bin ich durchs Gebäude durchgeschossen. Echt? Verrückt? Ja. Wie machst du das? Ja, wenn ich das mal wüsste. Scheiße. Hallo. Ich geh mal kurz hoch. Sieht so aus, als ob hier aber auch schon mal jemand war. Irgendwie. Also so richtig viel ist hier nicht. Und ne Rolle Panzertape. Ja, ja, genau. Das mein ich. Tja, hier ist halt gar nix. Also, wieder runter. Aha. Hör. Was? So, okay. Wenn ich mich übrigens gerade nicht irre, dann hat sich diese Version, dieser frühe Alpha inzwischen 720.000 Mal verkauft. Ich schlitze mal eben hier hoch, muss gucken, ob da oben was liegt. 720.000 Mal. Ja. Soweit ich gelesen habe, ist das tatsächlich so, also extrem viel einfach für so ne Alpha. Na, hier oben ist auch gar nix. Ey, ich komm noch einen höher. Na, tatsächlich. Da wirst du ne ganze Menge rumklettern, können wir nicht das so richtig sehe. Kannst einer auf Essence und Screed machen. Mach so ein Luftappentat. Ja, aber wenn dabei was rumkommt. Wenn dabei was rumkommen würde, wäre das super, aber ich sehe hier weit und breit nichts. Schade. Aber dann kommen wir wieder runter, dann stratzen wir mal durch die Stadt. Ja, jetzt bleibt nicht viel anderes übrig. Leider nicht so richtig. Braucht ganz dringend was zu trinken. Ja, das wäre tatsächlich auch mal ne gute Sache. Also was zu phrasen hab ich sogar. Ja, ich auch. So, bin da. Geht der Schub hier auf? Ich glaub nicht. Doch, tatsächlich. Na ja. Ah, man erschreckt mich doch nicht so. Handschuhe ums Eck. Handschuhe ums Eck? Also da unten auf dem Boden. Ich hab Handschuhe. Wuhu. Oh, so hat die Finger nicht zu kalt. Ist doch gut. Hm, bisschen mehr Stauraum wäre super. Ja, das finde ich allerdings auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Du bist gerade an einer Dose zu trinken vorbeigelaufen. Oh, ja, dann hau die mal rein. Ich will gerade mal gucken, dass wir hier runterkommen von diesem Gelände. Toll, das ist eine Trappendose. Scheiß, geht nicht, oder was? Nö. Sieht aus wie eine Dose zu trinken, ist aber nix. Oh, fies. So, aber wenn wir jetzt hier in der Hauptstadt sind, würde ich ja davon ausgehen, dass schon alles leer gelootet ist. Aber irgendwas muss doch irgendwo, irgendwas, das spawnt doch auch irgendwann. Weiß ich gar nicht, wie das so umgesetzt ist. Denke ich aber mal. Ich meine, es wäre nur sinnvoll und nur fair, dass man irgendwie was nachspawnt. Weil sonst bist du ja total am Arsch. So, hier kommen wir wieder auf die Straße. Das ist gut. Wir können mal durch dieses Bürogebäude da links gehen. Warte mal, warte mal. Lass mal hier mal rein. Solchen Häusern findet man doch meistens, wenigstens irgendeinen Scheiß. Ja, das ist richtig. Die sind tatsächlich meist gar nicht so schlecht. Hier haben wir zum Beispiel schon mal Munition für die Pistole. 31 Schuss für die Pistole. Alter Vater. Das zählt nur noch eine Pistole. Und das Magazin dazu. Hier sind Handschuhe. Okay. Komm mal. Und eine Dose zu trinken, hau dir die mal in den Kopf. Hast du schon? Nee, da. Kann ich aufnehmen? Achso, ja. Ich hab keinen Platz mehr. Kacke. Ich muss auch schon mal was wegschmeißen. Die Rolle Panzertebe. Ja, das Blöde ist, ich hab was zu essen in der Hand. Eigentlich will ich das nicht wegschmeißen. Vielleicht... Kann ich das so direkt aus der Hand futtern? Nee, da unten ist ein geöffnetes Tumfischdose jetzt. Ja, toll. Die schmeißt du natürlich auf den Boden. Ganz toll. Will jetzt einfach meine 30 Schuss irgendwie nicht weghauen. Aber die Taschenlampe schmeiß ich jetzt einfach weg. Ja, brauchen wir nicht. Wir sind auf dem Tag selber. Ja, eben. Das mach ich jetzt auch. Hier, schnapp dir die Trinkendose. Ja. Ich ess das eben schnell auf hier, was ich habe. Ich feel like having a drink. Ja, denn die nächste ist für dich. Also du kannst die sonst auch gerne haben, da. Nö. Mach mal. Ich bin der Kerl, ich vertrag was. Ach so. Bin auch schon wieder unten auf der Straße. Ja, sei ein bisschen vorsichtig und warte vielleicht lieber einen Moment. Ich hab einen Kugelschreiber gefunden. Yay. Super sinnvoll und super awesome. Und noch mehr Panzertape. Schreiben sie einen Gegenstand, von dem sie viel zu viel haben. Panzertape. Panzertape. Seile. Dosenöffner. Aber das Geräusch, was du gerade gemacht hast, finde ich sehr super. Ja. Ich würde es jetzt nachmachen. Ja, genau so hätte ich es auch mal nachgemacht. Aber dann hätte ich mir jetzt einen Energy Drink aufgenommen und es ist gerade 1.10 Uhr. Und ich muss morgen arbeiten. Ich nicht. Ich hab morgen noch Wochenende. Dementsprechend ziehe ich mir jetzt kein Energy mehr rein. Ich muss morgen doch wieder um halb fünf ausstehen. Ja, das ist ein bisschen schlechter als ich. Aber sonst würde ich auch nicht mehr um die Uhrzeit aufnehmen. Nee. Äh, lass mal hier links in das große Gebäude rein. Dann laufen wir jetzt einfach mal ganz achtlos rein, würde ich sagen. Oh, Moment, da liegt schon einer auf der Straße. Echt? Oh, hier vorne. Stimmt. Tut mir leid, aber da renne ich jetzt mal eben hin. Der hat nämlich einen Pullover. Ja, der addet gerade einen Zombie. Das ist ein Zombie, der gelegen hat. Ja, natürlich hat die mich schon wieder getroffen. Los. Zerreiß dein T-Shirt. Das kann nicht wahr sein. Also wie die einen treffen, das ist echt der Hammer manchmal. Mhm. Ey, geil. Das sind bessere Rosen. Also ich hab schon mal ne bessere Rose und da bin ich jetzt immer so dreiß und nehm mir die einfach. Ja, mach mal. Kein Problem. Idiot, du sollst das Ding nicht in deine... Scheiße. Was, warum... Alter. Wenn ich F drücke, kommt meine Tosnelde auf die geile Idee von wegen... Ja, ja. Ich reiß das mal in ein Stück anstatt es aufzunehmen. Hä? Also hier, Kleidung. Hä? I want to drink something, ja. Total toll. Mann. Ergerlich. Da muss mal ein Krankenhaus gewesen sein. Wo bist denn du längst? Nee, ich bin hinter dir. Das ist, äh, glaub ich, irgendwie so ein Bürogebäude hier. Bloß wieder zu die Tür. Ey, ey, ich hab ne Feuerwehr-Axt. Sehr gut. Ah. Leute, die Schöpfungskrönung der Nahkampfwaffen. Oh ja, das stimmt tatsächlich. Also die haut ordentlich rein. Und hier ist ne Mosin. Geil. Und da ist ein Basie. Kranker Scheiß. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ein Basie oder eine Schaufel? Ich würd den Basie bevorzugen. Schmeiß ich die Schaufel einfach mal beiseite? So. Jetzt kommt Flu wie zu Left 4 Dead-Zeiten mit der Feuerwerkst. Ist doch noch schön, das BW-Kopftuch. Flu glücklich. Kranker Scheiß, liegt da erstmal ne Mosin rum. Ja, ich guck. Ich bin auch schon auf Highspeed-Suche nach neuem Scheiß. Bist du hier in den langen Flur reingegangen oder nach oben weiter? Ja, nein, langer Flur. Okay, dann geh ich einfach ein höher. Ist ein rotes Kopftuch, falls du willst. Nö, nicht unbedingt. Rot ist jetzt nicht so das Beste. Wohl wahr. Warum, wenn ich Aktionen drücke, also F, dann will sie das immer in Stücke reißen? Also ich hab jetzt ein Armee-Kopftuch. Du auch, ja? Ja. Ich hab grad was in Stücke gerissen, aber ein T-Shirt, was ich gefunden hatte. Jetzt mach doch die Tür auf. Ich glaube, der Server lag gerade. Da ging gerade eben die Tür auf und zu. Okay. Da ist ne Tür aufgegangen. Tja, weiß ich auch nicht. Ich krieg gerade keine Türen auf. Bei mir. Wie gesagt, hier unten geht eine andauernd auf und zu. Ja, das könnte wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich die gerade aufmache hier oben. Also eine Etage höher. Ich krieg gerade überhaupt keine Türen auf. Vielleicht bist du in irgendeinem Raum drinne? Ich bin über dir. In dem langen Flur. Ja. Was hättest du davon, wenn wir hier drin einfach mal den Server wechseln? Weil ich glaube, der hier spinnt gerade ein bisschen. Wohl wahr. Lass mal machen. Ja. Dann, äh, Server hoppen wir mal kurz. Schließen. May beenden. Irgendwie ist der tatsächlich äußerst schlecht. Lecky. Ähm. Nehmen wir mal hier ein. Da sind 16 Leute drauf. Das geht noch. 17. Ja, ja, klar. Weil ich ja drauf gegangen bin. Ja. Ich hab so einen blöden Ohrwurm. Hallo, Juvie. Hallo. Jetzt soll mal gucken. Hier irgendwo eine Tür aufmachen. Krieg ich hier trotzdem keine Türen auf. Du? Aua. Ne. Dann sind die Türen noch buggy. Kann natürlich auch sein, ja. Dafür liegt hier. Oh, Juvie. Juvie. Ja, und ne Axt. Ach, sehr cool. Die ist bei mir ein bisschen reingebackt. Ja. Bei mir ist die auch am Tisch drin. Ich geh mal einen tiefer. Vielleicht find ich jetzt noch mal was. Ich geh noch mal in Höher, ne? Achso, aber hier ist auch schon Ende im Gelände, wie es scheint. Kann ich noch aufs Dach rauf gehen? Das mach ich jetzt aber nicht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ruckelt auch immer stärker. Ja, so ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas umstellen kann. Da mal auf normal. Mein Server sagt jetzt, dass er stabil ist. Ja, abgesehen von den typischen Lacks, die man alle paar Sekunden mal hat. Hast du das? Ja. Aber das Gebäude hat sich schon gelohnt. Ja, durchaus. Ich forst mir nochmal ein Hettgeschoss. Gammelbanane. Ja, alleine durch die Mosin schon. Wäre natürlich geil, wenn wir da jetzt noch ein paar Schuss für hätten. Mhm. I want to drink something. Da steht ein Zombie. Ja, I... Hm, one hit. Deswegen Krönung der Schöpfung, die Feuerwerks. Merkt euch das. Ja, hier sind Schuhe, die zieh ich mir einfach mal über.